Hey, Chinesen! Hey! Willkommen bei den Außenseiter zu einem neuen Video, welches gleich kommen wird. Ja man, komm mal. In einer Minute hoffen wir. Es wird kommen. Es wird kommen. So, zum Thema. Es geht diesmal ums Klo. Und warum? Weil wir uns gedacht haben, dass vielleicht nicht jeder Mensch auf unserem wunderschönen blauen Planeten ein eigenes Klo besitzt. Wie hier zum Beispiel. Okay, das ist Potsdam. Hier! Genau, hier! Was ist das? Nova! Auf jeden Fall ein Teil von Amerika. Ja, die Indiener bleibt kein Klo. Die Leute vergessen einfach dieses wunderschöne Gefühl zu schätzen. Ihr kennt doch dieses Gefühl, wenn ihr aufs Klo geht nach zwei Tagen. Diese Lärmung in euch drin. Es kann sogar besser als Sex sein. Okay, es kommt auch an mit wem, okay? Ich wollte nichts anderes sagen. Ja genau, schauen Kinder zu. Alles klar. Also, kommen wir zu dem Video. Ihr könnt das gleich anschauen. Ihr habt es ausgestanden. Ich glaube, wir haben es schon ausgeschaltet. Ausgehe. Ausgefutzt. Ausgefutzt. Alles klar. Zu dem Thema Klo. Hilfe! Wir haben ein Monster auf unserer Toilette. So heißt das Video. Genau. Ich habe auf der Toilette etwas Gruseliges gesehen. Du hast es mal. Ja, das habe ich auch mal erlebt. Ich dachte, du warst auf der Arbeit. Ich bin auch nicht fertig. Hey verdammt, wir haben diesmal ein Monster auf der Toilette. Was? Ein Monster. Ja, ja, ja. Ja, ja, ja. Ja, 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 ja. Ja, 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 ja. Verdammt. Wir haben ein Monster auf der Toilette. Echt? Das will ich sehen. Hey, ich auch. Ich will es nochmal sehen. Ich auch. Verdammt. Was soll ich denn tun? Wir haben hier zuerst geschissen. Wir sagen einfach, was Sache ist. Ja, Mann. Ding. Hallo, b-b-b-bösesten Monster. Warte umgehe. Sag, 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 sag. Wir haben uns einfach nicht abschließen. Okay, okay, schütze. Ja, schütze. Okay, ja, jo, jo. Wer hat eine Mitte sagt, muss raus. Du bist keine kleine Maus. Und du stimmst wie ein mini-mini-mini-bunter Jauch. Jauch. Ich hab so. Guck. Er kackt in unser Klo. Hey, du bist nicht cool. Du schlägst halt unter kastrierten Tieren. Und deine Mama fragt sich ständig, Wo waren damals meine Pillen? Oh, Spaß. Das hier ist unser Knast. Unser Wasser und Chlor. Käse. Käse? Ja, verdammt. Ich dachte, das reigen sich. Das reigen sich überhaupt nicht sogar. Ich hab auch was vorbereitet. Pass auf. Eins, zwei, drei. Verdammt, ich liebe dich. Hier. Ich liebe dich nicht. Verdammt, ich brauche dich. Ich brauche dich nicht. Verdammt, der ist ja richtig böse. Fakkel. Was sollen wir jetzt an unser Klo tun? Ich meine, wo sollen die jetzt unsere Geschäfte erledigen? Hä? Was machst du da? Was machst du? A-A? A-A-A. Du machst da kein A-A. Dann sind wir ja auf unserer Teller gewaschen, Mann. Ich will aber A-A. Ja, aber nicht da rein. Wieso nicht? Ist nicht mein erstes Mal, dass ich hier A-A mache. Du machst hier kein A-A. Ich vermisse unser Klo. Ich doch auch. Wir haben so viele schöne Momente auf dem Klo verbracht. Mh, mh. Das war eine geile Zeit. Selbst als wir Urlaub gemacht haben, war er unser städtlicher Begleiter. Ich hatte meinen ersten Kurs auf dem Klo. Und sogar mein erstes Mal. Ich muss mal wirklich... Oh ja, 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 ja. Das Monster! Du Monster! Okay, das reicht jetzt. Ich will dir deinen schlimmsten Feind anrufen. Die Oma! Hallo, Oma. Ja, ich weiß, wir haben dich schon lange nicht anrufen. Mh, 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 mh. Du, äh, wir haben ein Problem und wir haben ein Monster auf unserer Toilette. Uns geht's doch gut. Sascha wurde gerade von einem Monster aufgefressen und ich habe einen kleinen Schock. Einen kleinen Schock! Geht es doch hier? Hallo, Oma. Danke, dass du mich gerettet hast, Oma. Danke für diese Gnade, Oma. Was für ein Scheiß! Danke für die verbotenen Spiele, Oma. Danke, dass du gehst, Oma. Ist sie weg? Jetzt verstehe ich, wieso wir sie niemals rufen. Ja, und wieso ich die Zeitung lese? Jetzt tue ich das, was ich schon lange tun wollte! Du kaufst mir ein Geschenk? Fua! Aus netter Klo, aus netter Klo, ja das macht die Deppen froh! Ich mache AA, ich mache AA, ganz egal wohin und wo! Zwei Sterne! Ich geh nicht gern! Mein Album! Ich esse euch! Kann das aufhören? Ich will das aufhören! Kann das aufhören! Kann das aufhören! Kann das aufhören! Wir machen es aufhören! Ganz aufhören!